Hallo ihr Lieben! Heute ist mal wieder ein Tech dran. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht im Schlafzimmer, sondern im Schlafzimmer. Da mein Freund mir gesagt hat, ich soll im Schlafzimmer drehen, dann kann er sich so lange um den Kleinen kümmern. Und da Sonntag ist, ist das doch alles relaxed. Und ich drehe heute mal hier. Mal im lila Hintergrund, ja. Ich liebe halt Lieder. Aber ich lege einfach jetzt mal los. Das ist der dies und das Tag. Von der lieben Knut-Fan wurde ich getagged. Danke dir dafür. Auch wenn es jetzt schon über eine Woche her ist, aber ich mache ihn jetzt. Und ja, das sind immer so zwei Wörter und man muss sich für alles entscheiden. Ich fange einfach mal an. Laptop oder Computer? Ja, Laptop. Computer habe ich nicht. Ich habe nur Laptop. Da ist ja klar Laptop. McDonalds oder Burger King? Ja, lieber Burger King. Ganz ruhig. Lieber McDonalds. Deorolle oder Deo Spray? Lieber Deo Spray. Äpfel oder Erdbeeren? Ganz klar Erdbeeren. Äpfel ist nicht meins. Katze oder Hund? Ja, ich habe Katzen, also Katzen. Blond oder Braun? Ja, eher Braun. Weil ich bin ja auch nicht blond. Ich bin dunkelblond. Also Braun. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Ja. Schwierig. Ich bin ja eine Naschkatze, aber ich esse auch gern herzhaft. Was nehme ich denn da? Süßes Essen. Lego oder Playmobil? Ja, spiele ich mit beiden nicht. Was würde ich in meinem Kleinen holen? Ich kann, dass ich ein bisschen schief bin. Oder geht das? Oh Gott. Ich glaube, Lego Playmobil? Ich sage jetzt einfach mal Lego. Nimmt der auf? Ja. Ich muss mal ansprachen. Ab und zu kontrollieren. Und es labbe ich mir ein oder nimmt gar nicht auf. Nike oder Adidas? Da würde ich eher sagen irgendwie Adidas. iPhone oder Samsung Galaxy? Ja, iPhone. Ich bin ein iPhone-Fan. Party oder Chillen? Chillen. Party ist nicht so. Subway oder KFC? KFC. Ja, eher Subway. Letztes Mal, wo ich bei KFC war, hat mir nicht geschmeckt. Dann lieber Subway. Links oder Rechtssender? Rechtssender. Cola oder Fanta? Oh, Fanta. Horror, Liebesfilme? Eher Liebesfilme. Nintendo oder Playstation? Ja, Playstation. Canon oder Nikon? Nikon. Ich habe es aber heute. Ihr merkt es, ne? Canon oder Nikon? Nikon. Wie auch immer. Eher Canon. Kino oder DVDs? Och, hat beides Vorteile. Kino ist auch mal ganz nett. Ich würde sagen eher DVDs oder so einen Film gucken zu Hause. Ist preiswerter und ist auch gemütlich. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Weihnachten hat schon irgendwie was. Obwohl ich nicht so der Deko-Fan bin, aber Weihnachten ist schon nichts schlecht. Zocken oder Skaten? Ja, ganz klar zocken, weil Skaten tue ich nicht. Nacht oder Tag? Ganz klar Tag. Beziehung oder Single? Ja, Beziehung natürlich. Disney oder Looney Tunes? Ja, Looney Tunes sagt mir jetzt nicht wirklich was, aber ist klar, Disney. Disney ist einfach... Kennt jeder. Ist einfach schöne Disney-Filme. Ist einfach schon was Schickes. Apple oder Microsoft? Ja, Apple. Baden oder Duschen? Ganz klar Duschen. Duschen, Duschen. Baden tue ich... So selten. Ab und zu mal ja. Ich habe jetzt ein schönes Schaum von Lasch entdeckt. Und das schäumt schon super, aber irgendwie, weil ich kann mir da nicht die Haare waschen und so, da ist irgendwie... Vielleicht mal zu einem Spannen, wenn ich dann entspannen kann, was ich auch nicht irgendwie kann, weil mein Kleiner nebenan dann irgendwas schreit oder so. Deswegen lieber Duschen. Ja, wo waren wir denn jetzt noch? Ah, da. Batman oder Spider-Man? Spider-Man. Dunkey-Donuts oder Starbucks? Ganz klar Dunkey-Donuts, weil ich da einen leckeren Coconut irgendwas... Also mit Schokolade und Kokosnuss-Krümeln... Krümeln? Stückchen oder wie auch immer. Überzogen. Ist schon lecker. Ja. Und der Starbucks, ich bin ja kein Kaffee-Fan, deswegen... Was ich mir mal geholt habe, ist das... Ich weiß nicht, das ist auch schon ein paar Jahre her, so ein gecrashtes Eis mit Beeren drin. Irgendwie so. Das war auch ganz lecker, aber sonst haben die hauptsächlich Kaffee und außerdem habe ich bei mir keinen Ernährung, also brauche ich das nicht. Gestylte Haare oder Mütze? Viel stylen tue ich ja meine Haare auch nicht. Offenmachen, zack. Also ist Mütze okay. Mütze, Manga oder Comics? Halte ich nicht viel von. Wenn, dann würde ich aber sagen Comics. Und YouTube oder Fernsehen? Ich mache auch gerne beides. Und gleichzeitig... Was mache ich denn da lieber? YouTube oder Fernsehen? Ach, Mann. So wirklich schwierig. YouTube würde ich einfach mal sagen. Da kann ich wenigstens auch mal was gucken, was mich interessiert. Im Fernsehen läuft ja öfter mal was, was mich nicht interessiert. Ja, das war dann mein Tag. Ja, wen tagge ich denn? MMM. Ich tagge... Linda S. Genau. Die junge Dame tagge ich einfach mal. Ja, dann einmal Erdbeer-Lise. Ich weiß allerdings nicht, ob die den Tag schon gemacht haben. Ich mache einfach mal auf gut Glück. Ähm. Meines ist das weggegangen. Nicht wundern, ich gucke natürlich auf meinem PC. Ich gucke nicht nach unten. Ähm, ähm. Wie nehme ich denn noch spontan? Spontan. Spontan. Ach, ich nehme einfach mal hier die Two Crazy Broads. Genau. Wenn das so ausgesprochen wird. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ja. Euch drei tagge ich einfach mal. Ich hoffe, ihr macht mit und ihr habt es noch nicht gemacht. Wenn, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich probiere es. Und so. Und das war es dann jetzt. Und so. Das war es dann jetzt von mir zu dem Tag. Ähm. Ich denke, ich werde gleich noch ein paar Videos drehen. Aber die seht ihr natürlich nicht alle sofort. Aber wenn ihr euch, damit ihr euch nicht wundert, dass ich immer gleich ausschaue oder gleich hinterholt. Ciao.